RANKMAN RANKSETTER Hallo, mein Name ist Marco Mastar und das ist das nächste Video im RANKSETTER Klossar. Heute zum Thema IP-Adresse. Einfach erklärt. IP ist die Abkürzung für Internetprotokoll. Alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, bekommen so eine weltweit eindeutige IP-Adresse zugewiesen. Es handelt sich dabei um die eindeutige identifizierbare Adresse eines Geräts. Die besteht immer aus zwei Teilen, der Netzwerk-Adresse und der Host-Adresse. Es gibt zwei Arten von IP-Adressen, die statische und die dynamische. Die IP-Adresse spielt außerdem im Rahmen des Link-Belegens beim Erkennen unnatürliche Link-Netzwerke eine wichtige Rolle. So, das war's auch schon mit dem Video IP-Adresse und wir hören uns im nächsten RANKSETTER Klossar-Video. RANKSETTER Klossar-Video